Es braucht noch ein bisschen Zeit, bis die Jote komplett ist, aber ist schon nah dran. Zeig doch mal, wie der aktuelle Vortritt so ist. Ja, im Moment sind gerade die äußeren Dämmschichten mal so provisorisch herangestellt. So eine 1 cm Fließschicht, um mal zu gucken, wie es vom Platz eben reicht und ob das vom Material noch was nachgekauft werden muss oder nicht. Und darunter habe ich jetzt aus alten Tipi-Stoffen und alten Bettlaken, die ich kostenlos bekommen habe, habe ich dann mal eine weiße Wand damit errichten können ringsum. Und hier drauf liegt eben Tipi-Stoff oben. Und mal testweise habe ich dann hier eine Wolldecke draufgelegt, die später aber nicht so durchhängen wird wie jetzt, weil sie ja über den anderen Schichten dann als Dämmschicht dann eben fungieren soll. Und dann funktioniert das auch wieder. Ja, Fußboden ist auch noch nicht komplett fertig. Hier kommen noch Dielen drauf und eventuell auch noch Dämmung. Der Türrahmen, der muss auch noch geschraubt werden und verleimt werden um diese Tür, also um das Fenster herum. Ich habe sozusagen ein Fenster, was auch gleichzeitig meine Tür ist. Und das zweite Fenster, es gibt im Prinzip nur zwei und zwar die Tür, die gleichzeitig eben auch ein Fenster ist und dann die Dachkuppel. 1,50 Meter große Dachkuppel hier, die man auch öffnen kann. Und da hat man eben extrem viel Licht dann hier vom Himmel hier drin. Braucht man keine Lampen. Ja und im Prinzip sieht man ja hier, dass es alles nur provisorisch erstmal mit Seilen, also mit Bändern eben befestigt ist hier. Damit das ganze Scherengitter nicht auseinander fällt. Aber ja, das wird dann noch ein bisschen professioneller gemacht. Später. Ja, und ganz am Schluss, genau, wenn die Dämmschichten, die Decken, der Baumwollstoff drauf ist, dann Teichfolie übers Dach, um das ganze eben dann wasserdicht zu machen. Die liegt auch schon hier. Das ist schöne, olivfarbene Teichfolie, ein Millimeter dick und die hält das hervorragend das Wasser ab. Ganz am Schluss kommt dann als Wand noch hier von noch Schildmatten drum herum gestellt, damit es eben optisch bisschen schöner ist. Und für Strom in der Jurte gibt es dann eben Solarplatten und ein Windrad. So ist der Plan. In der Mitte von der Jurte, weil es ja eine Werkstattjurte werden soll, kommt da noch eine Kabeltrommel, also eine hölzerne Kabeltrommel von ungefähr sagen wir mal 1,20 Meter Durchmesser. Und das ist dann mein, ja, mein Werktisch im Prinzip. Ja, so weit erst mal der Stand. Ein Ofen kommt dann später noch rein mit dem Ofenrohr, was durch das Dach auch rausgeführt werden muss. Aber das sind alles noch Punkte für, ja, für den nächsten Monat. Genau, das war's eigentlich schon wieder.